Es sieht aus, als wenn hier, ja, heute Abend der Betrieb weitergeht. Wie konserviert und heute aufgeschlossen und wir sind die Ersten, die es betreten durften. Das ist doch nicht verlassen. Ich möchte fast behaupten, dass ich in den letzten Jahren so ziemlich alles an Lost Places gesehen habe. Doch heute wurde mir erst klar, dass ich anscheinend doch noch nicht alles gesehen habe. Ein Hotel eingefroren in der Zeit, das es im wahrsten Sinne des Wortes in sich hatte. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Places Abenteuer auf meinem Kanal. Wie man unschwer erkennen kann, befinden wir uns am nächsten Spot unserer, ich weiß nicht was, wir haben doch gar keine Namen Tour. Ein riesengroßes DDR-Hotel und ich bin natürlich nicht alleine unterwegs, sondern mit Stefan Hilkemeier vom Kanal HypnoHilkeTV. Und wir beiden werden uns das Ganze heute mal gemeinsam anschauen, würde ich sagen. Ja Freunde, starten tun wir gleich direkt hier vorne im, ich würde sagen es war wie so eine Art Heizungskeller oder Waschraum, irgendwie sowas in der Art. Hier stehen ganz alte Waschmaschinen und wir sehen auch überall Rohrleitungen an der Wand und auch an der Decke hier vorne. Ventil geschlossen halten sehe ich da schon. Wohnhausrücklauf, Seiler, Hauptrücklauf, Beutnerrücklauf und so weiter und so fort. Ich denke mal, wenn ich das hier sehe, die ganzen Absperrventile bzw. schon hier die ganzen Waschmaschinen, dass das da vorne dann doch recht interessant werden könnte für uns. Und ja, von diesem Heizungskeller bzw. Keller ist es ja gar nicht, von diesem Heizungsraum mit den Waschmaschinen geht es weiter in einen Treppenabgang und Treppenaufgang, wie man hier vorne sehen kann. Und aber auch hier vorne weiter zu, wir machen mal besser das Licht aus, ich würde sagen es sind irgendwie Durchgangszimmer. Eieiei, das geht da ja nicht richtig weit weiter rein. Ja, hier haben wir schon den ersten, ich würde mal sagen Mitarbeiterraum. Relativ leer, zwei Schreibtische, aber tatsächlich ausgeräumt. Also hier gibt es leider nicht mehr so viel Spektakuläres zu sehen, aber ich denke, das war wirklich, ja, Mitarbeiterraum. So, hier vorne geht es dann weiter, es teilt sich hier so ein bisschen auf, ich glaube ich weiß, was unser Tippgeber uns gesagt hat. Und zwar soll das hier wohl so ziemlich verwinkelt sein und wir sollen die Augen aufhalten. Ich vermute mal, dass hier vorne die damalige Rezeption war. Oh, hier sind ganz viele Toiletten. Ich sage Rezeption, das sieht eher aus wie so ein Spiegel, der hier irgendwie an der Wand hängt. Oh, guckt euch das mal an. Das ist wirklich, ja, natürlicher Verfall, der so mit der Zeit natürlich dann auch irgendwann kommt, sage ich einfach mal ganz vorsichtig. Hier löst sich schon überall die Decke auf, der Putz bröckelt ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier vorne schon das erste Gastzimmerchen ist oder ob das eher so eine Art Mitarbeiterraum damals war. Spinte, abgestellte Stühle, aber richtig schöner, natürlicher Verfall. Ja, wir können ja hier vorne einfach mal in die Toiletten reinschauen. Die sehen auch noch ziemlich gut aus, ne? Also kein Vandalismus oder dergleichen. Ich würde sagen, links war eben gerade der Raum mit den Stühlen. Und hier links, beziehungsweise hier geradeaus, ei, 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 wir kommen in einen ersten Saal, in ein erstes Gastzimmer. Wenn ich das hier vorne schon sehe, das sieht ja wirklich so aus wie eingefroren in der Zeit. Und wir sind die Ersten, die ist jetzt nach langer Zeit nach der Schließung betreten. Das ist ja der Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Das ist ja alles, ja, im Originalzustand hier. Auf der rechten Seite Sitzecken. Auf der linken Seite Sitzecken. Und dann hier vorne diese große rustikale Bar. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ich kann es... Ach du meine Güte. Guckt euch das mal an. Was ist das denn? Stefan, komm mal her hier. Ihr glaubt das gar nicht, beziehungsweise... Was heißt, ihr glaubt das gar nicht? Ihr habt das ja eben gerade schon mit eigenen Augen gesehen. Das ist ein riesengroßer Saal für Veranstaltungen, für wahrscheinlich entspannte Abendveranstaltungen und so weiter und so fort. Wenn man wirklich mal den ganzen Vandalismus, der hier wirklich wenig ist, außen vor lässt, dann muss ich wirklich sagen, ich bin geflasht. Also schaut euch mal diese imposante Bühne an. Ich denke mal, dass da abends sicherlich irgendwelche Veranstaltungen drauf stattgefunden haben, wie zum Beispiel irgendwelche Bands, die hier gespielt haben. Oder auch, dass einfach mal ein Klavier auf die Bühne gestellt wurde und dass dann der Musik zugehört werden konnte. Also hier ist es wirklich so, als wenn die Zeit eingefroren wäre. Sieht fast so ein bisschen aus wie so eine Art Hörsaal dahinten mit diesem vertefelten Holz. Aber das hat auf jeden Fall was. Hier vorne ein Halter. Ich vermute mal, da waren irgendwelche, ja vielleicht Boxen drauf. Oder vielleicht auch irgendwelche Lichter, die dann angeschaltet werden konnten für ein gemütliches Ambiente. Ich glaube, ich lag gar nicht so ganz schlecht. Denn das sind die Boxen, die damals wahrscheinlich oben an diesem Halter dran hingen. Verschiedene Lautsprecher. Hier auch noch irgendwie Boxen, die aber leider schon geklaut worden sind, beziehungsweise mittlerweile beschädigt sind. Aber lasst das mal auf euch wirken. So Freunde, hier vorne nochmal ein kleiner kurzer Blick hinter die Bar. Überall uralte Kühlschränke, um irgendwie, ja ich vermute mal Spirituosen und andere Getränke kühl zu lagern. Des Weiteren haben wir hier aber auch die ersten Preislisten. Und das sind natürlich logischerweise alles noch D-Mark Preise. Bananensaft, 0,2, 2, D-Mark 80. Das ist nicht wirklich viel im Vergleich zum Euro heute. Longdrinks, 4, D-Mark 50. Das ist ja nichts. Da bist du heute ja mindestens bei 8,50 Euro oder so. Und hier vorne stehen sogar noch die Gläser in der Vitrine. Das ist ja der Wahnsinn. Als wenn das hier alles in der Zeit eingefroren wäre und wir jetzt wirklich nach Jahrzehnten das ganze Ding aufsuchen und dokumentieren. Habe ich selten gehabt, ehrlich gesagt. Hier vorne steht noch was dran von wegen Single Ball. All, aber alles aus dem Jahre, haltet euch fest, 2000. 3.3.2000, 4.3.2000, 10.3.2000 und so weiter und so fort. Geht rein bis in den März. Also ist ja alles im März. Aber das ist krass. So Freunde und hinter der Bar geht es natürlich auch noch weiter. Weiter in einem Bereich, der normalerweise für Gäste bzw. Hotelgäste sicherlich nicht ersichtlich war. Und zwar kommen wir hier in Teile der Küche rein, so wie es aussieht. Von einem riesen Kipper. Ich vermute mal, dass da Fett drinne war. Das ist super eklig, wie es aussieht, aber ich denke mal, das ist normal nach der ganzen Zeit, dass das so dermaßen rostet alles. Hier vorne ist auch noch so ein Nebeneingang, vielleicht wirklich Mitarbeitereingang. Und ja, hier so ein großes Waschbecken bzw. zwei große Waschbecken. Was mir hier leider auffällt, dass hier überall Porzellan auf dem Boden zerstört wurde. Aber hier steht es noch in Reihe und Glied auf diesem, ja ich weiß es nicht, was war das? Waren das irgendwelche Vorratsschränke oder irgendwelche Schränke, um irgendwas warm zu halten? Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Habe ich so noch nicht gesehen. Dann geht es von hier auf jeden Fall weiter, einmal rechts in den großen Saal und hier vorne auch nochmal weiter, ich vermute mal, in weitere Bereiche der Küche. Oh, hier riecht das ganz merkwürdig. Oder war das vielleicht auch so eine Art Mitarbeiterraum, Speiseraum? Ach guck mal, das könnte auch so eine Art Lagerraum für Speisen gewesen sein, die kühl und trocken gelagert werden mussten. Hier vorne haben wir noch einen Lastenaufzug. Ja und hier könnte ich mir vorstellen, guck mal, das sieht so ein bisschen so aus wie so eine Art Büro. Rezeptfrei. Reiseclub. Ey, ich glaube das gar nicht. Guck mal, hier sind Kalender, beziehungsweise hier ist ein Kalender aus dem Jahre 1998. Das ist ja der Wahnsinn. Und das sind diese Kästen für die ganzen Schlüssel der einzelnen Hotelzimmer. Ja und hier vorne denke ich mal, Regal für irgendwelche Unterlagen zum Zwischenlagern. Da vorne geht es ja rein in den großen Saal und ich vermute mal, oder wir vermuten mal, dass man hier vorne, dann, sieht zumindest fast danach aus, Bier gezapft werden konnte und man sich hier ein Bierchen abmüllen konnte und dann ganz entspannt hier vorne in den großen Saal laufen konnte. Oder vom großen Saal direkt, ja, Richtung Hotelzimmer, so wie es hier aussieht. Denn ich glaube, hier geht es jetzt nach oben und nach unten und sicherlich auch zu den ersten Zimmern. Was ist das denn hier? Das ist so eine ganz dicke Tür, gepolstert mit irgendeinem Leder. Das sieht fast so aus wie so eine Art Besprechungsraum, der dann schallisoliert war oder so. Ich weiß auch nicht, was das hier rechts für komische Fächer sind. Sind das irgendwelche Spinte? Das sieht ja ganz merkwürdig aus. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Sind echt einzelne Spinte mit einzelnen Nummern? Vielleicht für Mitarbeiter? Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, warum hier hinten jetzt irgendwie so ein Babylaufgitter steht. Oder so ein Babybett hier besser gesagt. Hier hinten hast du noch zwei Waschbecken. Und auf einmal ist hier alles gefließt. Also das ist ganz merkwürdig. Hier vorne von diesem Saal aus geht es dann weiter in, ich vermute mal, Badezimmer bzw. zu den Sanitäranlagen, die aber auch noch relativ gut aussehen. Also wirklich, ich kann es nur wiederholen, eingefroren in der Zeit. Hier vorne sind wir gerade durch die Tür durchgekommen und hier vorne steht dran Mitarbeiter. Das heißt, als normaler Hotelgast durftest du hier gar nicht durchgehen. Ja Stefan, was meinst du? Keller wollen wir zum Ende hin machen sicherlich. Wir gucken uns bestimmt erstmal Zimmer an, oder? Ja, komm, weil oben, es gibt ja zwei Treppenhaus. Hier hoch oder hinten wieder runter oder so. Ja, hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Aber Keller soll ja sehenswert sein. Keller soll sehenswert sein. In dem Sinne würde ich sagen, geht es hier erstmal über diese Holztreppen nach oben. Eieiei, das ist schon richtig decay, also richtig natürlicher Verfall hier. Stefan, pass bloß auf. Alter Schwede, guck dir das mal an. Das ist ja schon richtig, ja, ich sage mal imposant, aber das ist schon richtig mächtig hier irgendwie alles. Hier geht es ja nochmal wieder nach oben. Hier geht es jetzt aber auch rein theoretisch weiter zu Zimmern. Zimmer Nummer 13. Ich weiß nicht, Zimmer Nummer 11. Keine Ahnung, wie das hier aufgeteilt war. Ich denke mal, dass hier, so wie es hier aussieht, auf jeden Fall schon Jugendliche sich den einen oder anderen Abend mal hingesetzt haben. Oh, das ist halt so richtig DDR mit den Badewannen hier, ne? Schaut euch das an. Hier vorne geht es dann zu Zimmern. Ich vermute mal, es sind diese Mehrbettzimmer. Aber so richtig einfach gehalten, ne? Überhaupt nicht zu vergleichen mit den Hotelzimmern von heute. Aber sieht verhältnismäßig noch echt richtig gut aus, ne? Also klar, die Tapeten lösen sich überall, aufgrund von Feuchtigkeit wahrscheinlich. Hier auf der linken Seite ist auch die ganze Wandtapete schon runtergekommen. Und hat sich hier so mehr oder weniger über das Bett eingedeckt. Ja, es ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn, wie natürlich der Verfall hier doch ist. Und so sah hier dann ein Badezimmer aus. Diese Badewanne überhaupt nicht verkleidet. Aber ich glaube, das ist so dieser DDR-Stil, ne? Hier vorne auch Toilette. Rohrleitung auf der Wand verlegt und nicht in der Wand. Mit Toilettenspülkasten auch auf der Wand und nicht in der Wand. Schon schön, das mal zu sehen, wie das hier früher war. So, hier vorne geht es dann weiter. Ich vermute mal, zunächst in weitere Hotelzimmer. Was sind das eigentlich für komische Zimmer? Ich meine, gut, das Haus ist von außen aus so ein bisschen angeschrägt. Und dementsprechend sieht das natürlich auch im Hotelinneren dann so aus, wie es von außen aus sieht. Aber hier konntest du ja nichts hinstellen. Was für einen Schrank würdest du denn da hinten in die Ecke stellen, wenn die Wand so zu so ist? Das ist ja schon fast hier unmöglich, da irgendwie wirklich was Gescheites hinzustellen. Okay, das war hier damals wirklich alles super einfach gehalten. Ein Kleiderschrank in die Ecke, ein Regal daneben und höchstwahrscheinlich irgendwo hier vorne noch ein Bett hin. So, und hier vorne sind so zwei Türen, beziehungsweise zwei Zimmer, so wie es aussieht. Und eine der Türen hat hier unten so einen Teppich dran und dann geht es hier unten, ich dachte eben gerade erst wieder runter. Aber das ist der Schaltraum für, ich vermute mal, die Beamer-Technik oder die Lichttechnik, so wie es aussieht, für den großen Saal. Da müssen wir doch mal genauer schauen. So, Freunde, auch wir wollen uns natürlich nochmal den Bühnentechnikerraum anschauen. Hier auf der rechten Seite erstmal irgendwelche Schraubsicherungen, die aber auch schon, ich glaube, alle ausgelöst haben. Hier ist auch nichts mehr mit Strom zu machen, brauchen wir gar nicht gucken. Wenn ich hier oben die Kabelkanäle und Kabelschächte sehe, da wurde, glaube ich, schon größtenteils alles rausgeholt. Hier vorne haben wir irgendwelche Anschlüsse für, ich vermute mal, Mikrofone, steht ja auch drauf, Mikrofone, Radioeingänge, Kopfhörer, Monitor, Abhörer und so weiter und so fort. Super alte Technik, also wirklich super, super alte Technik. Das absolute Highlight in diesem Raum ist allerdings diese Bühnentechnik hier vorne. Man hatte als Bühnentechniker nicht nur einen super geilen Arbeitsplatz, sondern auch jeden Tag den Blick auf die Bühne bzw. auf den Saal und konnte von hier aus sämtliche Veranstaltungen verfolgen. Also der Blick von hier oben ist wirklich gigantisch. Ich kann euch jetzt gar nicht zu einem der ganzen Knöpfe etwas sagen. Hier steht auf jeden Fall irgendwas mit Oberbühne blau, oben links weiß, Spot links orange. Achso, das hat auch was mit der Lichttechnik anscheinend zu tun. Hier vorne brannte damals dann eine Glühbirne. Ja, irgendwas mit Strom auf jeden Fall. Wahrscheinlich wenn Strom anbrennt, das hier die Glühbirne irgendwie. Hiermit konntest du, ach guck mal hier, Vorhang auf und Vorhang zu. Und dementsprechend konntest du damit dann den Vorhang, der sich dort vorne irgendwo im Bühnenbereich befindet, steuern. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein interessanter und doch recht abwechslungsreicher Job. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr dazu Lust hättet. Hier oben zu arbeiten, wenn jetzt hier noch Betrieb wäre in dem Hotel. Ich könnte es mir tatsächlich nicht vorstellen, glaube ich. Aber sicherlich der ein oder andere von euch da draußen. Und in dem Sinne würde ich sagen, geht es jetzt erstmal weiter. Weiter hoch, denn es gab hier vorne noch eine Treppe, wo ich eben gerade zu Stefan noch sagte, was mag denn da wohl sein. Aber ich sehe gerade, dass hier, okay, hier ist ein Lastenaufzug und ich vermute mal, hier ist auch wieder so eine Art Büro- oder Ablagerraum. Ja, sieht irgendwie fast ganz danach aus. So wie eben gerade unten auch schon einmal kurz gesehen. Also auch wieder leere Schränke. Hier vorne noch irgendwie so ein Blumenbecken, wo aber keine Blumen mehr drin stehen. Ein Tisch. Ich meine ganz ehrlich, was willst du hier groß lagern? Das kannst du nicht als Zimmer nutzen, weil wo soll hier ein Bett stehen? Bei denen Bedingungen der Wand, das ist schier unmöglich. Das wird wirklich nur Lagerraum oder Stellplatz gewesen sein. So, hier vorne geht es jetzt weiter hoch. Da oben steht auch nochmal dran, Hotel. Ich vermute mal, es geht zu weiteren Zimmern. Ich habe so ein bisschen Angst mit dem Boden, muss ich fairerweise sagen. Ui. Aber ich muss auch sagen, dass das hier alles noch ohne Vandalismus ist. Das ist wirklich einfach nur der natürliche Verfall. Tapeten kommen runter und das Bett an sich, da kannst du so direkt drin schlafen. Also das wird sicherlich ein bisschen feucht sein aufgrund von Feuchtigkeit. Aber das sieht hier wirklich, also Stefan, das ist der Wahnsinn hier. Ich bin, das ist wirklich Wahnsinn. Wenn du dir die einzelnen Zimmer anguckst, das kannst du gar nicht vergleichen mit Hotels, die wir teilweise irgendwann mal gesehen haben. Auch Toiletten hier, Badezimmer, Sanitäranlagen. Es sieht aus, als wenn hier, ja, heute Abend der Betrieb weitergeht. Schaut euch das an. Auch wieder ein Drei-Bett-Zimmer. Aber ohne Vandalismus. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Also ich muss mal gucken, ob ich euch hier alle Zimmer zeigen muss oder sollte. Ich denke mal, die sind relativ gleich aufgebaut. Aber hier vorne, und das ist mir bei den anderen Zimmern eben gerade noch gar nicht aufgefallen, hier steht noch ein richtig schöner alter Rabatran oder Rabatran-Tron? Ne, Rabatron, Robotron, Robotron-RFT. Das war, glaube ich, Fernseher mit Radio, glaube ich sogar, oder? Ultraschön. Also, dass das hier noch so steht, das ist wirklich wie so ein Museum hier eigentlich schon. Hier vorne, hier vorne, Zimmer 4. Stefan hat es gerade schon gut zum Ausdruck gebracht. Ein etwas, ja, gehobeneres Zimmer mit Badewanne. Toilette natürlich, Waschbecken auch logisch. Aber, es gab separat ein kleines Wohnzimmer hier auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite dann ebenfalls separat das Schlafzimmer. Und wenn ich das so sehe, kein Dreck auf dem Boden, Wände lösen sich nicht. Wenn ich das Bild irgendwann vorgehalten bekommen würde, würde ich sagen, ja, wieso? Das ist doch nicht verlassen. Also das ist der Wahnsinn, ist das. Ich will nicht sagen, ein Satz mit X, das war wohl nichts. Das war auf jeden Fall was. Allein das, was wir jetzt schon gesehen haben. Aber wir dachten, das war es jetzt schon mit den Hotelzimmern. Nur ganz ehrlich, das kann es eigentlich nicht sein. Es müssen irgendwo noch Hotelzimmer sein. Weil ich habe teilweise gesehen, irgendwie 84 Zimmer. Lass es meinetwegen auch die Hälfte sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles an Zimmern gewesen ist. Es fängt ja auch mit Zimmer 11 und 13 an. Wo ist denn 1 und 2 und 3 und 4 und so, ne? Ihr wisst schon, wo soll das denn sein? Das muss ja alles irgendwie weiter unten sein, schätze ich mal. Oder wir gehen jetzt einfach mal runter in den Keller, Stefan. Vielleicht ist da auch noch wieder was. Man weiß es nicht, wie es damals war. So Freunde, es geht auf jeden Fall runter in Richtung, ich glaube nicht mal mehr, dass es Keller ist. Ich glaube, es ist einfach Erdgeschoss. Stefan, das ist hier erst das Erdgeschoss. Hier steht eine Vitrine und guck mal, das wird die damalige offizielle Rezeption gewesen sein. Das denke ich auch. Genau, und dann ist nämlich auch hier erst der Eingang. Da, genau. Hier war der Hoteleingang. Und hier geht es dann wahrscheinlich weiter zu... Oh ja, oh, hier waren wir noch gar nicht. Ey, das ist so riesig und so verwinkelt hier alles. Ausgang steht da dran. Ich weiß es nicht, was war das hier? Ach, das könnte vielleicht auch so eine Art Kantine oder Essensbereich gewesen sein. Gaststätte, irgendwie sowas in der Art. Da vorne ist nämlich so ein Holzregal für Besteck. Da vorne sind zwei Kühlschränke. Hier vorne auf dem Boden, das sieht so ein bisschen so aus, als wenn hier schon irgendwelche Bauarbeiten stattgefunden haben. Ähm, auch immens viele Industriekühlschränke. Ja, und hier vorne geht es weiter in... Alter Schwede, guckt euch das mal an. In ein Gastro-Bereich. Mit leider etwas Vandalismus, aber... Boah, das ist der Wahnsinn hier. Mit Bar da hinten noch. Sicherlich konnte man hier richtig gemütlich sitzen damals. Für uns ist das so unfassbar groß hier alles. Hier vorne, wie gesagt, die besagte Bar, wo es sicherlich auch dahinter noch irgendwie weitergehen wird. Wir haben uns jetzt aber dazu entschieden, erst mal da vorne weiterzugehen, wo Stefan gerade steht. Ich weiß nicht, zu den Toiletten steht hier dran. Weitere Eingangsbereiche. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Sieht zumindest nicht so da noch aus. Wahrscheinlich, nee, weißt du, wie das war? Da hinten war der Eingang zum Hotel und hier der Eingang zu den Veranstaltungsräumen. Ach, stimmt. Weil die Hotelgäste wollen ja nicht immer durch so ein Veranstaltungsding laufen. Ja, hast recht. Hier vorne geht es nochmal wieder weiter durch verschiedene Glastüren durch. Ich vermute, fast hier auf der rechten Seite war wie so eine Art Garderobe irgendwie, dass man, wenn man hier zum Saal irgendwie wollte, dass du irgendeiner Veranstaltung seine Klamotten gar nicht mit reinnehmen musste, sondern einfach hier rechts, der vorhin damals dann auf war. Ich sehe das nämlich gerade auch schon. Stefan, der steht hier hinter schon. Das ist wirklich eine Garderobe. Da hast du dann deinen Chip gekriegt und konntest eine Jacke abgeben oder deinen Hut, deine Käppi, all das, was du abgeben wolltest und nicht mit in den Saal nehmen wolltest. Hier vorne geht es dann weiter, hoch über so eine Steintreppe. Ich weiß nicht, ob es da jetzt zu weiteren Zimmern geht oder ob es da wieder in einen Bereich geht, in dem wir schon ein Gast waren, so gesehen. Ich könnte mir vorstellen... Ach, Stefan, weißt du was? Wir sind genau da, wo wir angefangen haben. Wo unsere Bühne geht. Richtig, hier rechts ist die Bühne und links diese kleine Gaststätte, wo ich sagte, hier Stohrheime stehen hier noch. Krass, dann sind wir jetzt quasi einmal genau im Kreis gelaufen. Ja, aber ich weiß noch, wo wir noch nicht waren. Welchen Keller gibt es denn hier noch? Da gibt es ein ganz anderes Treppenhaus. Da gibt es ein voll hoch und alles runter. Stimmt, dann müssen wir das Treppenhaus nehmen. Richtig, ich würde sagen, Leute, dann nehmen wir das Treppenhaus nochmal, weil das war nochmal richtig spannend und spektakulär. Genau, hier vorne waren wir überall. Stimmt, das hat ja gar nichts mit diesem ganzen Innenleben zu tun. Nee, das ist ein ganz anderer Gebäudetrakt. Dann gehen wir da auf jeden Fall mal hin. Stimmt, ey, jetzt wo du saßt. So, diese Treppe meinte der liebe Stefan. Und ich vermute mal, das ist der Gebäudeteil, den wir noch nicht gesehen haben. Ja, Steintreppe ist es. Bei sowas muss man echt wirklich aufpassen, gerade bei so alten Gebäuden. Oh, es gibt sogar noch eine Etage drüber hier. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier erstmal zu weiteren Zimmern geht. Ach, guck mal hier. Wir waren eben gerade da in dem anderen Gebäudeteil. Die Tanne habe ich von da gesehen. Dann sind wir jetzt wirklich in dem Gebäudeteil, wo wir noch nicht waren. Das hier vorne sieht für mich ein bisschen so aus wie Mitarbeiterraum. Mitarbeiterraum mit, ja, wie soll ich sagen, eigenem Badezimmer bzw. Waschbecken. Vielleicht, um sich nochmal kurz hübsch zu machen. So, hier ist jetzt eine Tür, die wir einfach mal öffnen. Ich glaube eher, dass das so eine Art Heizraum bzw. Lüftungsraum hier ist und gar nicht mal unbedingt direkt etwas mit dem Hotel zu tun hat. Auf jeden Fall Betonboden. Vielleicht auch so ein bisschen Lagerraum, so wie es hier aussieht. Hat auf jeden Fall irgendwas mit der Heizung zu tun bzw. mit irgendwelchen Abluftsystemen. Vielleicht auch für die Küche. Vorstellen, dass Hotel jetzt solche Treppen geben müssen? Ohne Scheiß, ich habe genau das Gleiche, wo du da drin warst, gerade überlegt. Die Treppen sind so gefährlich, dass wir dich keinem Hotelgast zumuten. Guck dir mal die anderen Treppen an, die wir da hinten gesehen haben. Das sind Hotelgasttreppen, aber das hier ist so... Hier ist ja bei so Klima-Technik hier, so Wurwurde da. Ich glaube auch, dass hier wirklich keine Hotels noch mehr kommen. Nee, guck mal. Das sind alles nur irgendwelche, ich sage mal ganz vorsichtig, Hausmeisterraumtätigkeiten hier. Aber nichts, wo man wirklich sagen könnte, ja, das ist jetzt was, was ein Hotelgast irgendwie sehen muss oder wo ein Hotelgast sich irgendwie wohlfühlt. Also es ist alles andere als ein schönes Hotelzimmer, wo man sich gemütlich den Abend machen kann. Das ist echt irgendwie, ja, Abstellraum, Lagerraum mit einer Mischung aus irgendwelchen Temperaturfühlern hier. Ich weiß nicht, Stefan, das ist ja so mehr oder weniger dein Gebiet so. Ich würde sagen Haustechnik, ne? Genau, Haustechnik, aber auf dem Dachboden? Meistens im Keller, wenn kein Platz war. Ja, oder der Keller anders genutzt werden konnte, weil hier andere nicht hoch können. Weil es ja alles hier, Klimaanlage, Haustechnik und. Dann würde ich sagen, Stefan, rein in den Keller, rein in die Dunkelheit. Ich bin mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ich meine, man kann es ja fast schwer noch toppen eigentlich. Auf jeden Fall teilt sich hier der Weg auf, beziehungsweise der Flur geht einmal rechts weiter und einmal links weiter. Einmal Notausgang und wahrscheinlich einmal, genau, einmal Toilette, die aber auch noch relativ gut aussieht. So, und dann geht es hier vorne auch noch mal weiter. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ei, ei, ei. Ich glaube, das ist so der Hausanschlusskasten hier vorne. Schraubsicherung und, ja, an der Tür fehlen aber auch schon sämtliche Teile. Das ist so voll gegammelt, dicht gegammelt mittlerweile alles. Aber dann doch in einem Zustand, dass man noch erkennt, um was es sich da überhaupt handelt. Ich weiß nicht, hier vorne sieht das so ein bisschen so aus, wie bei einem Schwimmbad. Mit diesen Fliesen. Das ist aber nur so eine Art Hausmeisterraum. Hier vorne steht noch ein alter Boiler, ein Einkaufswagen mit irgendwelchen Lampenschirmen, alte Stühle und irgendwelche Gestelle hier auf der linken Seite. Also nichts wirklich so ultra spektakuläres. Hier vorne haben wir dann noch einen weiteren leeren Durchgangsraum. und so wie es aussieht, Mitarbeiter duschen. Als ob das jetzt hier hinten noch weitergeht. Nee, hier ist eine Toilette. Hier ist Ende. Hä? Wo ist denn die Küche? Das weiß ich nicht. Hatte ich jetzt hier erwartet. Habe ich jetzt auch hier erwartet, ehrlich gesagt. Aber dann haben wir noch wieder was angesehen, aber was? Weißt du was? Hinter der einen Bar, wo du sagst, wollen wir jetzt hier hintergehen, da ging es auch runter, glaube ich. Da habe ich nämlich den Treppenländer gesehen. Stimmt. Vielleicht ist da der Keller. Der Keller hat von der anderen. Weil da war ja auch Gastwirtschaft. Ist natürlich auch super interessant, mal Kellerräume zu sehen, die man eigentlich nicht gesucht hat. Aber da sieht man wirklich mal, wie groß das hier alles ist. Verwinkelt ohne Ende. Also wir haben ja schon den einen oder anderen Hinweis und haben trotzdem noch keinen richtigen Überblick. Also wir gucken jetzt gerade mal nach dem Keller, den wir noch suchen. Und nach der Großküche. Aber hier scheint vom Flohmarkt, wie man sehen kann, das hat hier fast einen Messi-Zustand angenommen. Hier stehen Koffer, hier stehen Kartons ohne Ende. Und ich weiß nicht, ob man da noch irgendwie anders hinkommt. Doch, man muss da anders hinkommen. Das ist ja nicht nur ein Weg, aber ich vermute mal, dahin geht es in den Keller. So Freunde, ich glaube, wir haben unsere Küche gefunden. Zumindest den ersten Teil der Küche. Das ist eine Küche. Hier vorne sind die ganzen Zimmerbelegungen dran. Gelbe Karte, siehe Vortrag. Grüne Karte, Rechnung. Rote Karte, SZ. Was auch mal SZ ist. Ist auf jeden Fall interessant. Hier haben sich schon einige Leute verewigt. Und hier stehen irgendwelche Tische und Stühle, die zusammengestellt sind aus dem Gastro-Bereich vermute ich mal. Hier haben sie irgendwas dicht gemacht. Ach nee, guck mal hier. Das ist doch dieser typische Halter hier für die Mentos. Fresh goes better. Kennt man doch aus Tankstellen und Supermärkten. Und hier ist noch eine ganz alte F6 Lights Zigarettenpackung. Hier geht es überall noch weiter. Es ist so verwinkelt. Hier geht es irgendwie in Richtung Technikraum. Stefan erinnert mich so ein bisschen mit der Führung hier an das eine Hotel, wo du sagtest, du warst schon da. Und im Keller hast du das und das gesehen. Und wir müssen jetzt mal suchen. Kann ich hier leider nicht mit dienen. Hier war ich noch nicht. Aber das ist krass, wie groß das hier alles ist. Also ich vermute mal, dass hier irgendwie größtenteils Sanitäranlagen sind. Wie man hier rechts sehen kann. Ja, vielleicht auch noch irgendwie... Hä? Ach so, hier waren wir eben gerade. Doch, genau. Jetzt sind wir wieder hier vorne. Das heißt, es ist alles miteinander verbunden. Davon habe ich eben gerade hier den Mitarbeiterplan vorgelesen. Und hier? Ja, okay. Hier sind wir reingekommen. Dann haben wir jetzt quasi wieder so einen Rundkurs gemacht. Das sieht ja aus wie ein Gefängnis hier. Aber echt. Was ist denn das noch groß nach hier hinten? Hier sind wahrscheinlich noch irgendwelche Kühlungen. Können wir mal als erstes einen Blick hinwerfen. Ei, ei, ei. Hast du schon mal so viele Froster auf einem Haufen gesehen, Stefan? Ey, das ist ja der Wahnsinn. Und hier dann wahrscheinlich die dicke Fette. Wobei, so dick und fett ist sie gar nicht. Kühlkammer. So, und hier vorne gelangen wir jetzt in die Großküche. Da bräuchten wir jetzt irgendwie jemanden, der davon Ahnung hat. Hier rechts sind irgendwelche, also ein Gasherd, zwei Gasherde. Gasherde? Gasherz? Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Und hier sind Kochfelder, also Platten, die warm werden. Des Weiteren sind hier noch zwei Fritteusen, die aber richtig übelst abartig aussehen. Also da ist nicht mehr gut Kirschenessen mit, beziehungsweise eher Pommesessen. Da sind sogar noch Pommesreste unten drin. Das sieht einfach nur super eklig aus. Und ich kann nur hoffen, dass da, wo ich Pommes esse, dass es da in der Küche nicht so aussieht. Hier vorne sind noch irgendwelche großen, ich weiß es nicht, was kommt da rein? Stefan, was meinst du, sind das Flüssigkeits-, kommt da Flüssigkeit rein? Da wird irgendwas gerührt drin, oder? Oder irgendwas warm gehalten, das ist ein Riesentopf, glaube ich. Ja, genau. Stimmt, boah, guckt euch das mal an, Stefan hat recht. Hier unten kannst du es ablassen. Ich denke mal, das ist ein Riesentopf, der quasi hier eingelassen ist, für, ja, Großgerichte. Suppen, oder Chili con carne, oder Chili sin carne, ist ja egal wie, aber das werden riesengroße Töpfe sein. Hier vorne haben wir da noch eine ganz alte Uraltwaage. Und ich wette mit euch, wenn ich da jetzt was rauflege... Eieiei, hab ich mich verjagt. Die ist aber schon uralt. Aber funktioniert noch. Die Frage ist, warum sind hier so wie so Knasttüren? Sind das irgendwelche Räume, die abgeschlossen werden mussten irgendwie abends? Sieht vielleicht auch so ein bisschen nach so einer Lehrlingsküche aus. Eieiei, hier vorne geht es ja auch nochmal weiter. Vielleicht wurde auch in jeder Küche separat natürlich irgendeine Speise zubereitet. Oder für irgendeine Veranstaltung vorgekocht oder vorgeschnitten. Weiß man es? Ich weiß es nicht. Also so groß wie hier habe ich, glaube ich, selten eine Küche gesehen. Das ist übrigens der Verbindungsgang, den wir eben gerade schon gesehen haben, von der anderen Seite. Genau auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich diese Bar. Und ja, hier geht es auch noch irgendwie weiter. Okay, das sind aber nur Lagerräume bzw. Kühlräume. Wo geht es hier vorne hin? Oh, guck dir das mal an. Hier sind Regale voll mit Porzellan. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Ey, das habe ich ja noch nie gesehen. Vor allen Dingen in dem guten Zustand. Hier kann man wirklich nur vom natürlichen Verfall sprechen. Unglaublich. Unglaublich. Unfassbar. Da fehlen mir echt die Worte. Hier vorne sind dann irgendwelche Mitarbeiterräume. Wo die Schränke mittlerweile aber auch richtig am Schimmeln sind. Es hängen auch teilweise noch Klamotten in dieser Kabine, die richtig gelb sind. Hier vorne sogar vielleicht noch so eine Kochjacke. Boah, das muss ja schon alles uralt sein. Ich glaube, das sind alles echt Mitarbeiterzimmer bzw. Räume. Hier sind Spinte mit teilweise noch Lederjacken und Schuhen und so weiter und so fort. Aber man sieht natürlich auch ganz klar den natürlichen Verfall hier überall. Boah, guckt euch mal diese Jeanshose an. Ey, das ist doch nicht normal. Das ist doch wirklich nicht normal. Also Leute, wir wollten eigentlich gerade schon raus und das Gebäude so langsam verlassen. Und dann macht Stefan hier eine Tür auf und dann geht es hier noch tiefer in den Keller rein. Boah, ich glaube, das wird für mich mit meinem Rücken und meiner Körpergröße wieder eine Herausforderung. Das ist so Hausanschlusskastenraum, hätte ich fast gesagt. Hier kommt das Erdkabel rein. Also hier geht es anscheinend noch weiter. Ey, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja nochmal wieder alles so verwinkelt. Hier ist sogar noch eine richtig alte Kasse. Ey, das ist ja... Und hier geht es ja... Guck mal, hier geht es weiter. Dann geht es hier rechts weiter. Oh, das... Nee, oder? Guck mal. Also so ein brachialen Keller. Habe ich echt selten gesehen. Ich glaube, diese ganze Hotelanlage ist komplett urino. Unterkellert. Stefan wird recht haben, das Ding ist nicht miteinander verbunden. Hier ist eine Tür, die komplett zugerostet ist. Also die kriegen wir schon gar nicht mehr auf. So Freunde, da wo das Video angefangen hat, da soll das Video nun auch wieder enden. Mit dem letzten Prozent Akku. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein super interessantes Hotel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, es zu erkunden. Ich hoffe mal, die hat es auch Spaß gemacht. Also von außen sieht es wirklich super ranzig aus. Aber hier drin eine wahre Zeitkapsel, eine Perle, wenn man so möchte. Wie konserviert und heute aufgeschlossen. Und wir sind die Ersten, die es betreten durften. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Am nächsten Sendetermin um 18 Uhr wieder. Bis dahin, haut rein. Macht's gesund und munter, genau. Macht's gesund und munter, das ist die Hauptsache. Bleibt gesund und munter. Ciao. 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 Ciao.